Vollzeit, da sind wir wieder bei... Oh, ich seh's immer noch nicht... Bei... Ich muss gucken auf mein Handy. Ich kann's leider in TikTok nicht umschalten, sonst würde ich das sehen, wie das Spiel heißt. Wo ist es denn hier? Herrgott, hilf! In... In... Ignited... Entry. Ignited Entry. Falls man das so ausspricht. Auf jeden Fall, cooles Game bei H.io, könntest du abchecken. So, wir waren jetzt hier letztes Mal gewesen, hatten wir auf die Klonge gedrückt, aber irgendwie ist da nichts passiert. So, Herrgott ist zwar hier gespawnt, aber irgendwie macht er nichts. Hm. Schade. Wir können's auch nicht mehr bewegen. Der guckt halt nur. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zum... Einfach zur nächsten Stage. Mal einübersprung, was soll man machen? Mal hier, 3 Gaspumps. So. Bis jetzt war das Spiel eigentlich ganz cool. So. Gucken wir mal, was hier so geht. Okay, wir müssen erst die Gas pumpen. Drei Gas pumpen müssen wir anschalten. Alles klar. Aha. So. Und das nächste. Mal lang vielleicht. Geht's hier lang? Ja, geht's lang. Ja, geht's lang. Ich seh gar nichts. Laufen überhaupt? Boah, ich seh gar nichts mehr. Ich lauf grad gar nicht. Keine Ahnung wer hier Schritte macht. Ich seh überhaupt nichts. Also gefällt mir auch nicht das Level. Ich hasse das, wenn das so dunkel ist, dass man gar nichts sieht. Das ist blöd. Wie ist das so dunkel? Ja, ich helfe hier. Ja, ich helfe hier. Die Dierie, uns geht's. Yes, get in. Looks like there actually is an afterlife. It maybe just isn't what I expected it to be. Me and Chase have been assigned to this thing called an Aftergrain. From what I've understood, it's an extension of the place you were at when you died. We both got killed in our home, so we knew that experience being on this house at least. I hope Rowan is going to be okay without me and Chase. I miss him so much. The Bruce guards still haven't gone away. I won't recognize my little boy's beautiful face. Benji doesn't recognize mine either. I can still see the skin peeling from his flesh. But that's okay. I just hope he can still look at my face and recognize him as his mother. The receptionist showed you the way to invite people into my Aftergrain by using their DNA. I don't know the name of any pieces of it, but we left his matchbox in the house after he killed us. And I think I found it in our Aftergrain. If you've gotten far enough to find the key to my diary, then you're probably the person I'm writing us to. I don't know your name. I don't know why you did what you did. But I do remember that symbol. It's the only thing that I saw. And it's the only thing I won't forget. The memory glass. What are we doing here? Jason's matchbox. Jason's eyes. Okay. Let's begin. 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 Also Jason hat wohl den Feuerteufel, das ist wohl irgendwie so ein Kult. Kaffee schon wieder aus, ey. Oh, das ist toll. Das sieht cool aus. Ach, da geht's weiter, lol. Ah, cool, können wir uns teleportieren, geil. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll. Eins ist gleich sechs. Hallo? Ach so, hier mit dem Fallen-Tasten wieder. Komisch. Okay, man kann nur rechts und links. Sechs, neun, das hängt da in der Luft, oder? Oh, das ist toll. Sechs, neun, drei. Jason. Was ist da? Na, was nun? Ah, mit der Maus. Das muss man wieder mit dem Maus machen. Ja, ich weiß mal. Direkt auch zur neuen G-Mann. Sechs, neun, drei war's, ne? Unlocked. Unlocked. Grab the key. Sehr schön. Doors locked. Ah, das ist echt nervig. Wieso muss man da immer die Key ausrüsten? Aber gut. Ging vielleicht nicht anders, das ist ein Indie-Game. Vielleicht gibt die Engine das nicht anders her. Exit-Road, 320, 490. 281. 320, 490. Oh, ich muss mal ein Foto davon machen. Ich vergesse das zuvor. Ja, komm. So. 320, 490, 283. Let's go. Hallo? Keiner da. Read. Okay. 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 Das ist okay. 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 Das ist das Geburt. Achso, warte mal, Dinger oder was? Okay, heute mal Rollstuhl, Fahrer, mit Leiche an Bord, warum auch nicht, ich mach das immer so, achso, und, ah, ich hab's verstanden, und die, die Hand von ihr müssen wir jetzt da rauf machen, die von Emily und die von Chase, und dann geht die Tür auf, richtig, da, Placer, zack, sehr schön, Lenkung ist maximal umständlich, So, wenn ihr die Tür aufmachen, Und dann holen Sie wieder Honig, und dann können wir die Tür unter anderem, und dann gehen wir das an, bei der Tür aufmachen, und dann geht's an, und dann können wir das, einfach ein bisschen verraten, das ist. Das ist nicht so, Und, und dann hier, Komm, 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 drück auf, yes, sehr schön. Schon wieder Telefon. Wofür war das da mit Dings, ey, mit der Exit Road? Hm, vielleicht brauchen wir das noch. So, Visitor Station, gehen wir jetzt. Wir fahren rüber, ne, mal wieder. Komm, rennen, Junge, hier ist doch nichts. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alter, wie soll ich denn da so schnell durchkommen, Junge? Jetzt. Und, noch schneller geht doch überhaupt nicht. Ich meine, ich renne doch schon. Komm mal rein, versuch dann, überspringen wir dann. Das ist immer so falsch. Wir gucken mal hier am Anfang, was kann man hier machen. Das ist ein Scheiß, das überspringe ich. Ja. 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 Ja.